Heldung und so wollte in New York da hat er hat er hat er hat er hat er hat er hat Prozent wo müssen wir lang im Leben aktivieren weil geht sie nicht lang ich gebe dir hier lang ob hier irgendwo so ein termin ist ich glaube ich sollte nicht lang nein oh gott sei dank stellt euch vorher stecken geblieben war ich dann am kontrollpunkt dann ich hasse es ja an wie sporn an kontrollpunkten ich brauche eine mütze ok gut viel besser ist mir noch ein bisschen weiter hier rüber dann sehe ich den bildschirm auch besser ich muss auch für englisch lernen das ist da wir auf die uhr gucken 19 uhr ich komme nochmal an das ist eine kamera ist sich die kameras nicht erschließen auch hier geht's lang wer ist ein arschloch obwohl es passt sich nicht gut mit erreicht verschlossen er muss meine schlüssel finden meint ihr den totenkopf war auch schon mal hier zutritt verboten ich bin aber hier ich weiß ja dann bitte kommt gleich irgendein super roboter ich drücke jetzt die entschlüsselung kurz aus komm herr du arschloch genau ein leben gezogen du arschloch jetzt kommt notausgangsluke wie umwegig sehr geistert ausgang der welt stufe eifers ist ist einfach der schlimmste oder ist gar mal der schlimmste oder es gibt noch delta und du weißt wie weit es geht aber bis nächstes schlechtes oder das beste ist vermute war das wir haben gerade sicherheitscode zu einer abtunken ohne geklaut also möglich was ist die mulli player auch nice er gibt es zu wenig aiming es kompliziert auch ein bisschen aiming aber dafür wesentlich ein bisschen es ist ja auch ich überziehe gleich mal ein bisschen weil es sieht dann immer so schön aus ja ist ja schön mit deiner mutter gut ich weiß immer nicht wo wir lang müssen wo wir mittlerweile alle von diesen einträgen ich bin auch der schönste maler also sollte ich ein bisschen sinnvoller machen aber weil es so lustig ist stelle ich mir direkt auf waffe um weil waffe ist gut ich habe kein teil für das ding verpasst das wäre echt scheiße weil das ding ja meine lieblingssache zu spielen oben aufgelaufen also das meiste ja leider indoor von dem level was ich sehr schade finde zack und runter und runter ja wie konnte ein terrorist soweit kommen ich bin bj bleskwitscht du arschloch scharfschützengewehr ohne scharfschützenmodus herr wort wischen wir hier ist es hier auch den haben wir erwischt ist das der dreher ich muss ja nehmen bis zum schlauch sagen und mit sich so doll auf jeden fall ab 18 alle parts werden ab 18 ich weiß nicht hier hier ich weiß nicht ich weiß nicht dass ich nicht hier oder Super, Roboter. Notausgangsluke. Ähm. Gehen wir jetzt zu Fuß weiter? Sie haben uns aufgehalten. Das war eine Verschwendung. Du bist dumm wie ein Toastbrot. Irgendwie liegt ihm ein Messer. Da. Akibo-Messer. Okay, gut. Gefällt mir. So knapp. Das muss ich ja extra laufen. Ich gucke mal hier hoch. Geht nicht. Boah, sehr pervers aus. Das rote drumherum. Das hätte man nicht rot machen sollen. Oh Gott. Ja, ich bin wieder so einer der zwei, wo ich denkt. Mond-Kaffee. Ich werde mal, gibt's nicht jeden Morgen. Kastner-Kaffee. Hamburger. Hamburger Pastor Rümer. Gehen wir ja nicht in der Englischen mit so einem Englisch. Das hört sich jetzt dumm an, aber das sind ja Nazi und das sind ja nicht Deutsche. Also anders wie ich. Ich bin, oh Gott, ich bin kein Nazi. Äh, ich... Das wäre so... Ich seh nix. Jetzt wieder. Gut. Gut. Ich hab keine Muni für das Ding. Äh, waren wir doch schon mal? Nur, dass wir jetzt... Da hab ich schon mal waren. Ja, hier waren das sogar. Das ist schon mal. Ich bin hier einfach mit dem Ding an die Ecke. Aber da gibt's nur eine... In der Variante. Nice aussehen tun sie ja. Gut. Erinnern Sie sich an ihre Ausbildung. Das ist ja wie auf Camino. Camino, meine lieben Freunde. Camino. Hey, die Kette ist wieder. Separiert also. Sicherheitsziele sind gut. Ähm... Wie das. Also, das Ding ist gefährlich. Oh. Oh, hier wieder. Oh, ist ja gleich so weit. Hä? Hä? Äh, äh, bist du eigentlich... Theoretisch... Outdoor zurück. Hä? Kann auch nicht sein, dass wir jetzt noch zurückgehen können. Kurzer Prozess. Mond... Werde Mondsoldate. Ich bin doch schon Mondsoldate. Bin ich hier... Wenn ich bis hier oben geschafft hab. Oder ist er nicht? Oh, danke. Ey, ich lasse das auch einfach machen. Er hat das tun für einer. Ich möchte auch ganz gerne am Leben bleiben, aber... Nein, das sieht doch geil aus, ne? Gut. So schießt er noch einer auf mich. Oh, da. Oh, da. Es spart. Er spart ja auch. Es ist schon wieder leer. Es liegt an diesem Zielsystem. Es ist auch relativ cool. Oh. Gut. Ich glaube, ich müsste es alle tot sein. Ich fand es ganz blut. Ne, es ist ein bisschen über... Jetzt will ich mal von der Entfernung... Wobei ich so durch den Strand stand... Gut. Ich glaube, ich muss auch noch mal... Ah, 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 blind erreicht. Okay, gut. Halt, du bist im Landseite durch. Das hier keine Sperren machen. Jetzt verdammtes... Energieverbrauch. Ich darf nicht mehr ziehen. Das ist ein bisschen nervig. Gut. Man kann jetzt alles... Was man will. Also man kann... Ja, es hat sich zum Verschlauen gehört. Ich weiß. Ich bin das zu beschlauen. Ich soll zielen. Dieses No-Scope-Dings kann ich nicht. Ich wechsle wieder auf das, wo du das auch fast leer hast. Es kann nicht sein, dass jetzt alles leer ist. Ich glaube, für das soll es noch reichen, oder? Ich komme so ran. Gut. Ich muss irgendwo so ein Auflade-Schatzung sein. Ja, da drin. Hier. Ich muss ja ganz aufladen. Gut. Komme. Oh, da. Bist du aber ganz schön vorgerückt, ne? Gut. Ah, nice. Nicht a nice YouTuber, sondern... Ich mach mal hier auf. Ähm, mit der... Verdammte Kacke. Drücke den Action-Button. Drücke den Action-Button. Es sind ja noch die Alten. Oh, nicht rangehen. Ich merke es mir. Das ist ja... Drück trinken. Prost. Ich merke es mir. Gut. Gut. Warte geht's. Äh. Gut. Ich geh schnauble an. Ähm. What? Gut. Dann nehmen wir was hier mit zur Erde. Hier darf ich es verlieren. Gut. Kommen wir uns abschießen? Ihre letzte Warnung. Kommando Zentrale London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4? Vollständiger Einsatz nach Besprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, der ist im Schiff! Transporter 4? Selten Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy. Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen. Dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe tausend Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf fünf Kontinenten untergehen sehen. Ich habe den Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist, Dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Gut. Eine Bilderbuchlandung. Das ist jetzt nichts. Das regt so auf. Das kann nichts. Ich bin aber weg, ne? Lauf, P.J., lauf. Besteh dich. Ein Kopf ist unterwegs, Kommandant. Gut. Gut. Wir sind wieder auf der Erde. Was mich jedenfalls erfreut, dass sie das... Ich wollte... Ich ziehe, weil sie dir anscheinend doch nicht gut. Ciao, Leute. Es hat mich sehr gefreut. Hat wie jedes Mal Spaß gemacht. Das war im letzten Mal nicht so viel Spaß, aber... Äh... Vorletztes Mal war das doch... Ist doch egal. Ähm... Ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein. Wer genug aufrufen geht, mache ich nicht Teil 2. Da mache ich der Old Blood. Der Blood Blood. Er ist alte Blut. Da habe ich auch ziemlich Bock drauf. Und ich bin ja guck, ob der gut ankommt. Wenn der mittelmäßige Ankommen gibt es den neuen, wenn er schlecht ankommt, gibt es den nicht den neuen Teil. Wer sich gut ankommt, dann gibt es den... 9.